Wir starten gleich mit der nächsten Tourie Attraktion. Natürlich müssen wir alles mitnehmen, was hier angeboten wird. Und gehen gleich eine Runde in die Wüste und zwar zum Quad fahren. Genau, da sind wir schon richtig heiß drauf. Na Sabrina, bist du ready? Yes! Tourie Action! Im Hintergrund unser Hotel und jetzt warten wir noch bis wir abgeholt werden. Das ist die Vorbereitung. Wir sind ready. Jawoll, Abfahrt. Da sind sie die Quatze. Da abgestrahlen Hänne mehr. Sonst ist es hier gestorben, so braucht man nur ein bisschen anderen. Bist du bereit? Ja. Hast du Bock? Ja. Sehr gut. Jetzt geht's los. Let's get touristic. Jawoll, jetzt setzt man drauf. Jetzt kannst losgehen. Gar nicht so easy bei den Hügeln, aber alles gut. Ja, ja, alles gut. Der Boy hat gemeint, vor allem über die Hügel soll ich schneller fahren. Ja, das krieg ich hin. Ich fahr jetzt schneller. Der Boy macht das da vorne einfach im Stehen. Ja, ich kann den Kasten auch. Ja, ja, aber ich bin schon voll Amateur. Aber jetzt kann man besser über die Hügel zumindest schon machen. Richtig schöne Landschaft überall. Mega, mega schön. Hier wird Sonnenunter. Sehr nice. Das Rote Meer vor uns. Und, wie ist das Rating? Eins von zehn. Nein, Spaß. Zehn von zehn waren es nötig. So nice hier. Am Rottenmeer. Das ist unser Guide, der Luxor. Hallo, hallo, hallo. Stabiler Typ. Jetzt wieder zurück. Let's go back. Wow, jetzt bin ich gespannt. Die Flachs flotter sind oben. Shit. Das ist ein Schluchster des Flers. Das ist ein Schluchster. Oh, ja, das ist ein Schluchster. Zehn von Zehn Tripp. So, haben wir's Crafty Quart, oder? War richtig cool. Und jetzt geht's wieder zurück zum Abendessen.